Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der virtuellen Realität ein, einem Thema, das nicht nur die Technologie, sondern auch unser tägliches Leben und unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen wird. Ich bin Markus Steinberg und ich freue mich, heute zwei herausragende Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen. Bei uns ist Frau Dr. Julia Weber, eine renommierte Forscherin im Bereich der Informatik, die sich intensiv mit der Entwicklung und den Anwendungen von VR-Technologien beschäftigt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Weber. Vielen Dank für die Einladung, Herr Steinberg. Ich freue mich auf die Diskussion. Und ebenso begrüße ich Herrn Alexander Koch, einen Experten aus der Tech-Industrie, der bei einem führenden Technologieunternehmen an vorderster Front der VR-Entwicklung arbeitet. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Koch. Danke, Herr Steinberg. Es ist mir ein Vergnügen, hier zu sein. Frau Dr. Weber, lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Was genau verstehen wir unter virtueller Realität? Und wie unterscheidet sie sich von verwandten Technologien wie Augmented Reality? Gerne. Virtuelle Realität, oder kurz VR, ist eine computergenerierte, interaktive Umgebung, die unsere Sinne so anspricht, dass wir das Gefühl haben, tatsächlich in dieser Umgebung anwesend zu sein. Dies wird meist durch ein Headset erreicht, das unsere Sicht und manchmal auch Hörwelt komplett von der realen Welt abschirmt. Im Gegensatz dazu erweitert Augmented Reality, oder AR, die reale Welt um digitale Elemente, die über ein Smartphone, Tablet oder eine spezielle Brille eingeblendet werden. Stellen Sie sich vor, Sie sehen durch Ihr Handy eine Straße und bekommen Informationen zu den Geschäften oder historische Daten zu den Gebäuden direkt ins Bild projiziert. Das ist AR. VR hingegen erschafft eine völlig neue, immersive Welt. Das ist sehr verständlich erklärt. Danke. Herr Koch, wie sieht die aktuelle Anwendung von VR in der Industrie aus und welche Branchen profitieren Ihrer Meinung nach am meisten davon? VR hat sich bereits in zahlreichen Branchen etabliert und zeigt dort beeindruckende Erfolge. Im Gaming-Bereich ist VR natürlich ein riesiges Thema, aber auch in der Ausbildung, im Gesundheitswesen und in der Fertigungsindustrie sehen wir großes Potenzial. In der Ausbildung zum Beispiel können Simulationen in VR komplexe oder gefährliche Szenarien ohne reale Risiken erlebbar machen. Denken Sie an Flugsimulatoren oder die Ausbildung von Chirurgen. Im Gesundheitswesen ermöglicht VR neue Therapieformen, etwa bei der Behandlung von Phobien oder posttraumatischen Belastungsstörungen, indem Patienten kontrolliert mit ihren Ängsten konfrontiert werden. In der Fertigung hilft VR bei der Produktentwicklung und Gestaltung, da Prototypen virtuell getestet und optimiert werden können, bevor sie physisch existieren. Das klingt wirklich nach einer breiten Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Frau Dr. Weber, Sie forschen intensiv im Bereich VR. Welche aktuellen Forschungsschwerpunkte und technologischen Herausforderungen sehen Sie in diesem Feld? Ein zentraler Forschungsschwerpunkt ist die Verbesserung der Immersion und des Realismus. Wir arbeiten an der Entwicklung von Headsets, die leichter und komfortabler sind und eine höhere Auflösung sowie ein breiteres Sichtfeld bieten. Auch die haptische Technologie, also die Möglichkeit, virtuelle Objekte nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen, ist ein wichtiges Feld. Hier gibt es bereits erste Ansätze, etwa durch spezielle Handschuhe oder Anzüge, die Druck und Temperatur simulieren können. Eine weitere große Herausforderung ist die Reduzierung der sogenannten Motion Sickness, also der Übelkeit, die manche Menschen in VR erleben. Diese entsteht durch Diskrepanzen zwischen dem, was wir sehen, und dem, was unser Gleichgewichtssinn wahrnimmt. Hier arbeiten wir an besseren Tracking-Systemen und Algorithmen, die diese Diskrepanzen minimieren. Das klingt nach spannender und herausfordernder Arbeit. Herr Koch, wie schätzen Sie die Marktentwicklung und das wirtschaftliche Potenzial von VR in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein? Das wirtschaftliche Potenzial von VR ist enorm. Marktanalysen prognostizieren ein exponentielles Wachstum in den kommenden Jahren. Wir erwarten, dass VR in vielen Bereichen des Alltags Einzug halten wird. Weit über die Unterhaltungsindustrie hinaus. Denken Sie an virtuelle Meetings im Beruf, an Online-Shopping mit VR-Anproben oder an virtuelle Museumsbesuche und Reisen. Auch der Bildungssektor wird stark von VR profitieren, da immersive Lernerfahrungen das Lernen effektiver und ansprechender gestalten. Die sinkenden Kosten für VR-Hardware und die zunehmende Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Inhalten werden diese Entwicklung weiter beschleunigen. Das sind ja sehr optimistische Prognosen. Frau Dr. Weber, welche ethischen und gesellschaftlichen Fragen wirft die zunehmende Verbreitung von VR auf und wie sollte Ihrer Meinung nach mit diesen Fragen umgegangen werden? Die zunehmende Verbreitung von VR bringt in der Tat einige wichtige ethische und gesellschaftliche Fragen mit sich. Ein zentraler Punkt ist der Datenschutz. VR-Geräte sammeln eine Vielzahl von Daten über ihre Nutzer, von biometrischen Daten bis hin zu Informationen über unser Verhalten und unsere Vorlieben. Es ist entscheidend, dass diese Daten sicher gespeichert und nicht missbraucht werden. Ein weiteres Thema ist die mögliche Isolierung von Nutzern. Wenn Menschen immer mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen, könnte dies zu einer Abnahme realer sozialer Interaktionen führen. Auch die Frage nach der Verantwortung in virtuellen Welten ist relevant. Welche Regeln und Normen sollen dort gelten und wie können diese durchgesetzt werden? Um mit diesen Fragen umzugehen, ist ein interdisziplinärer Dialog notwendig. Der Technikentwickler, Ethiker, Soziologen, Gesetzgeber und die Nutzer selbst einbezieht. Es braucht klare Richtlinien und Regulierungen, die die Privatsphäre schützen, den verantwortungsvollen Umgang mit VR fördern und sicherstellen, dass die Technologie zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt wird. Das sind sehr wichtige Punkte, die wir als Gesellschaft definitiv im Auge behalten müssen. Herr Koch, aus Sicht der Industrie, welche Rolle spielen diese ethischen Überlegungen bei der Entwicklung und Vermarktung von VR-Produkten? Ethische Überlegungen spielen eine immer größere Rolle in der Tech-Industrie und das gilt auch für die Entwicklung von VR-Produkten. Unternehmen sind sich zunehmend ihrer Verantwortung bewusst und investieren in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher und ethisch unbedenklich sind. Dies beinhaltet zum Beispiel die Implementierung von strengen Datenschutzrichtlinien, die Entwicklung von Mechanismen zur Verhinderung von Missbrauch und die Förderung von Medienkompetenz bei den Nutzern. Es ist wichtig, dass die Industrie hier proaktiv handelt und eng mit Forschungseinrichtungen und Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, um einheitliche Standards und Best Practices zu entwickeln. Das klingt nach einem verantwortungsvollen Ansatz. Frau Dr. Weber, wie sehen Sie die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion im Kontext von VR und welche neuen Möglichkeiten könnten sich hierdurch ergeben? Die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion wird durch VR und verwandte Technologien grundlegend verändert werden. Wir bewegen uns weg von Maus und Tastatur hin zu natürlicheren und intuitiveren Interaktionsformen. In VR können wir mit Gesten, Sprache und sogar mit unseren Gedanken, mit Computern kommunizieren. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und spielen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein architektonisches Modell in VR nicht nur betrachten, sondern es auch mit Ihren Händen formen und verändern. Oder denken Sie an ein Meeting, bei dem sich Teilnehmer aus der ganzen Welt in einem virtuellen Raum treffen und das Gefühl haben, tatsächlich im selben Raum zu sein. Durch die Kombination von VR mit anderen Technologien wie künstlicher Intelligenz und Brain-Computer-Interfaces könnten wir in Zukunft sogar in der Lage sein, direkt mit unserem Gehirn mit Computern zu interagieren, was die Grenzen zwischen Mensch und Maschine weiter verschwimmen lässt. Das ist eine faszinierende und gleichzeitig auch etwas beunruhigende Vorstellung. Herr Koch, wie bereiten sich Unternehmen auf diese Zukunft vor und welche Kompetenzen werden in diesem neuen Umfeld gefragt sein? Unternehmen investieren massiv in die Forschung und Entwicklung neuer Interaktionsformen und in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Gefragt sind nicht nur klassische Programmierkenntnisse, sondern auch Kompetenzen in Bereichen wie User Experience Design, 3D-Modellierung, Mensch-Computer-Interaktion und künstliche Intelligenz. Interdisziplinäre Teams, die Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammenbringen, werden immer wichtiger. Neben technischen Fähigkeiten sind auch Kreativität, Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, in komplexen Systemen zu denken, gefragt. Darüber hinaus müssen sich Unternehmen kontinuierlich an die sich schnell ändernden technologischen Entwicklungen anpassen und bereit sein, neue Geschäftsmodelle und Strategien zu entwickeln. Frau Dr. Weber, wenn wir einen Blick in die ferne Zukunft werfen, welche Vision haben Sie für die Rolle von VR in unserer Gesellschaft in, sagen wir, 50 Jahren? In 50 Jahren könnte VR so allgegenwärtig sein wie heute das Smartphone. Ich stelle mir eine Welt vor, in der die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Realität weitgehend verschwunden sind. Wir könnten in hybriden Umgebungen leben, in denen digitale und reale Elemente nahtlos miteinander verschmelzen. Vielleicht tragen wir dann leichte, unauffällige Brillen oder Kontaktlinsen, die uns jederzeit Zugang zu virtuellen Welten und Informationen ermöglichen. Bildung könnte komplett in immersiven Umgebungen stattfinden, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Lernenden zugeschnitten sind. Arbeitstreffen könnten in virtuellen Räumen abgehalten werden, die die Produktivität und Kreativität fördern. Vielleicht können wir sogar unsere Sinne erweitern, indem wir durch VR die Welt aus der Perspektive anderer Lebewesen wahrnehmen oder in die Tiefen des Ozeans oder die Weiten des Weltraums eintauchen, ohne unseren Planeten verlassen zu müssen. Es ist eine aufregende Vision, aber es ist wichtig, dass wir die Entwicklung von VR aktiv gestalten und sicherstellen, dass sie zum Wohle der Menschheit und unseres Planeten eingesetzt wird. Das ist wahrlich eine inspirierende Vision. Herr Koch, teilen Sie diese Zukunftsvision und sehen Sie auch potenzielle Risiken oder Herausforderungen, auf die wir uns einstellen sollten? Ich teile Frau Dr. Webers Optimismus weitgehend. Die Potenziale von VR sind enorm und könnten unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichern. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, die wir nicht ignorieren dürfen. Eine der größten Herausforderungen sehe ich in der Gefahr einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Wenn der Zugang zu fortschrittlicher VR-Technologie ungleich verteilt ist, könnten sich neue Formen sozialer Ungleichheit entwickeln. Es ist auch wichtig, die psychologischen Auswirkungen einer dauerhaften Immersion in virtuelle Welten im Auge zu behalten. Wir müssen sicherstellen, dass der technologische Fortschritt nicht zu einer Entfremdung von der realen Welt oder zu einer Abhängigkeit von virtuellen Erlebnissen führt. Langfristig müssen wir auch die ökologischen Auswirkungen der VR-Technologie berücksichtigen, insbesondere den Energieverbrauch und die Produktion von Hardware. Nachhaltigkeit muss ein zentrales Kriterium bei der Entwicklung und Anwendung von VR sein. Frau Dr. Weber, welche Rolle könnten Universitäten und Forschungseinrichtungen spielen, um sicherzustellen, dass die Entwicklung von VR in eine positive Richtung geht? Universitäten und Forschungseinrichtungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer verantwortungsvollen Zukunft der VR. Sie können nicht nur die technologische Entwicklung vorantreiben, sondern auch die ethischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen von VR erforschen. Interdisziplinäre Forschungsprojekte, die Informatiker, Sozialwissenschaftler, Ethiker und andere Experten zusammenbringen, sind hier von großer Bedeutung. Universitäten können auch dazu beitragen, die Öffentlichkeit für die Potenziale und Risiken von VR zu sensibilisieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu fördern. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, die nächste Generation von VR-Experten auszubilden, die nicht nur über die notwendigen technischen Fähigkeiten verfügen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die gesellschaftlichen Implikationen ihrer Arbeit haben. Durch die Kombination von technologischer Innovation mit ethischer Reflexion und gesellschaftlicher Verantwortung können Universitäten sicherstellen, dass VR zum Wohle aller eingesetzt wird. Herr Koch, wie können wir sicherstellen, dass die Vorteile von VR allen zugänglich gemacht werden und nicht nur einer privilegierten Minderheit? Um sicherzustellen, dass die Vorteile von VR allen zugänglich gemacht werden, ist eine konzertierte Anstrengung von Industrie, Politik und Gesellschaft erforderlich. Unternehmen müssen sich für die Entwicklung erschwinglicher VR-Produkte und Dienstleistungen einsetzen. Regierungen können durch Förderprogramme und gezielte Investitionen in Bildung und Infrastruktur dazu beitragen, die digitale Kluft zu überwinden. Öffentlich zugängliche VR-Erfahrungen, beispielsweise in Bibliotheken oder Gemeindezentren, könnten ebenfalls dazu beitragen, die Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Langfristig ist es wichtig, dass wir VR als ein Werkzeug betrachten, das zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen kann, sei es im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen oder in der Förderung des interkulturellen Verständnisses. Durch die Schaffung von inklusiven und barrierefreien VR-Anwendungen können wir sicherstellen, dass die Technologie ihr volles Potenzial entfaltet und zu einer gerechteren und besseren Gesellschaft beiträgt. Frau Dr. Weber, Herr Koch, das waren sehr aufschlussreiche und zum Nachdenken anregende Antworten. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Sie beide bitten, uns noch einen kurzen Ratschlag mitzugeben. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Aspekt, den unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in Bezug auf VR mitnehmen sollten? Der wichtigste Aspekt, den ich den Zuschauern mitgeben möchte, ist, dass VR weit mehr ist als nur eine neue Technologie für Spiele und Unterhaltung. Es ist ein mächtiges Werkzeug, das das Potenzial hat, unsere Welt grundlegend zu verändern. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung und es ist entscheidend, dass wir diesen Wandel aktiv mitgestalten, die Chancen nutzen und gleichzeitig die Risiken minimieren. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, sich mit VR auseinanderzusetzen, kritisch zu hinterfragen und sich an der Diskussion über die Zukunft dieser Technologie zu beteiligen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte die Zuschauer ermutigen, offen und neugierig auf die Entwicklungen im Bereich VR zu blicken. Es ist eine aufregende Zeit und VR wird unser Leben in den kommenden Jahren in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Gleichzeitig ist es wichtig, einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie zu pflegen und sich der möglichen Auswirkungen auf unser Leben und unsere Gesellschaft bewusst zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass VR zu einer positiven Kraft wird, die unser aller Leben bereichert. Frau Dr. Weber, Herr Koch, ich danke Ihnen herzlich für dieses ausgesprochen informative und inspirierende Gespräch. Ihre Einsichten haben uns einen tiefen Einblick in die Welt der virtuellen Realität und ihre vielfältigen Möglichkeiten gegeben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, diese Diskussion hat Ihnen ebenso viele Denkanstöße gegeben wie mir. Die virtuelle Realität ist zweifellos eine neue Grenze mit enormem Potenzial, aber auch mit Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen müssen. Bleiben Sie neugierig, informieren Sie sich weiter und gestalten Sie die Zukunft der VR aktiv mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!